Wusstest du, dass Triceratops außerdem Prädentale noch einen weiteren Knochen hat, der ausschließlich bei Horndinosauriern vorkommt? Dieser Knochen liegt im Oberkiefer noch vor dem Zwischenkieferbein und wird Rostrale genannt. Für alle, die nicht genau wissen, was das Zwischenkieferbein ist, es wird auch Prämaxillare genannt und ist der Knochen, wo unsere Schneidezähne sitzen und reicht bis vor die Eckzähne. Das Rostrale hat keine Zähne. Das Rostrale sieht ein bisschen wie ein Papageienschnabel aus und verleiht Triceratops und seinen Verwandten das typische Aussehen. Wenn ein Merkmal, so wie das Rostrale, nur bei einer einzigen Tiergruppe vorkommt, so spricht man auch von einer Synapomorphie. Weitere interessante Fakten zu Triceratops findest du unter Lisa, Max und der T-Rex. 7 Fakten zu Triceratops. Bye Bye!